Willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans. Ja, 10 pro Kalle Minus. Da wurde mein Magen gegriffen und liegt da vielleicht daran, weil ich heute schon einmal online war, oder eher gesagt gestern. Und da noch diese viel Zeit vergangen ist. Ja, ich bin auf allem Gefühl voll hier. Ja, kann jetzt nicht wirklich irgendwas damit anfangen, gehe ja gerade auf Rathos 10, habe ich ja gemacht. Eigentlich habe ich ja gerade den Ton angemacht, aber scheiß drauf. Und hier kann ich irgendwas machen. Ne, nur Mauen, aber scheiß drauf, hier kämpfe ich ja erstmal nicht. Dings einsammeln. Dann gehe ich einmal hier kämpfen. Perfekt. Muss ich das, wenn ich heute angreife, nicht mehr machen. Ich gehe heute ja nochmal online, weil wir ja gerade irgendwas mit Nullo haben. So, welchen kann ich angreifen? Ich gucke mir mal den an. Auf geht's. Ähm. Hier. 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 Und hier. Hier. Und hier. wenn es nichts in den Fumble-Ton kommt auf gehts Ah, vielleicht hat er doch was mit dem Fernbau gelöst, dass das gerade nicht viel ziele. Das rauslocken. Ja, das war's. Aber so ist es. Einsteigen sieht eigentlich so gut. Noch mehr Loot, mit dem ich erstmal nichts anfangen kann. Wir wollen ja zwei irgendwas bekommen. Drei Drachen. Jo, jetzt heißt es erstmal 14 Minuten warten. Ja, für mich 14 Minuten warten. Für euch 1, 2, 3 Minuten. Bis gleich. Jo, jetzt sind die Looten um. Oh, Scheiße bietet immer jemanden. Den will ich mal angreifen. Ne, der verkack ich meistens. Ist das gleich im Prinzip nur mit einem 9er. Level 16er Clan. Hilfe. Hilfe. Ja, alle mit ihren Clans, Alter. So, Level 12, 16. Das nervt einfach. Ja, Level 1, aber dann Level 10er. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich will gerade kein Level 10er als Gegner. Hoffentlich bald selber einer bin. Ja, das sieht schon besser aus. Aber der bringt zu wenige Pokale. Leider, leider. Würde ich schon ein bisschen mehr wollen. Nee. Nee. Nein. Nein. Endlich. Damit kann man doch arbeiten. Oh. Den gehen wir von. Hier aus. Oh, ich muss den Baumstüttchen jetzt wieder nicht dran fangen. Juppa. Ich weiß nicht, die verrecken nicht. Ich will mindestens 50% haben. Könnt ihr mir das bitte irgendwie sagen? Ah. Bitte. Komm. Ähm. Ich hoffe, ich gucke mich gerade nicht, aber das sieht echt sehr schlecht aus. 1%. Oh, zum Glück. Hilfe. Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. 6 Pokale. Ich habe ja 10 Minus bekommen. 4. Scheiß mal drauf. Ich gehe eh heute nochmal an das Spiel rein. Ja, so heute Abend. Und dadurch ist es ja egal. Muss ich da auch zusagen. Deswegen. Kann ich eh nicht angreifen, weil, pfff. Ich habe ja gar keine ausgebildeten im Hintergrund. Naja, egal. Gehe ja eh nochmal heute Abend rein. Dann werde ich eh nochmal zweimal angegriffen. Machen jetzt die 4 Pokale auch keinen Unterschied. Muss. Werd die dann eh dann wiederholen. Deswegen. Ja, egal. Ich hoffe, euch hat das Video irgendwie trotzdem gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. war da. Hallo? Boat, AUDIENCE